so mal gucken wie das schiff ist und ich bin der einzige mich ernst auf der einzige kreuzer hier in diesem match ja schon konferent gefickt man glaube ich werde richtung a fahren da den die jürgermeisterin ich war noch zehn und vorhanden ich will es tun ich bin so gut das kommt mich fast an mit 37 Knoten bin ich doch schnell auf jeden Fall so manche andere die die ja nur die eckle machte fähigwischen und beschwert dass sie in so einen gelben ja sehe ich auch gerade WTF ww type posse mit dem mietbatt und of course get man some polish that will help überhaupt ich hab gar keinen Fick drauf der ist halt einfach Stufe 6 in einem Stufe 9 im Match ey, das ist doch schon scheiße ne? ja, aber der war schuld wir haben keinen Sechser, ne? ne, wir haben keinen Sechser also vom Aussehen sieht das Schiff echt sexy aus die Amalfi, also ja, kann ich mich auf jeden Fall durchaus mit anfreunden und sie ist schön schnell guter Stellzeit könnte nur etwas besser sein noch aber ich hab ja noch den Anfangsruf drum, ne? ja mal gucken die haben aufgegeben, auf mich zu schießen scheiße, der war wirklich durch mich aufgedeckt Leute, der hält ja viel länger als am Anfang ja ja ich hol ja fast meine Torpedos, ne? was? ja ja genau ja genau oh oh ok als ob schade 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 ich weiß gar nicht, wieviel Reichweite hat nochmal der neuner und zehner von den weil auf Stufe 8 nur 16 Kilometer Reichweite zu haben ist schon echt scheiße ja muss ich einfach mal sagen ich bin ich warte ich bin nicht nicht ich bin warte nicht ich bin ich bin Ich muss sagen, das macht echt hart Bock mit dem Schiff hier einfach rumzufahren, die ganze Zeit zu wackeln und es trifft sich einfach keiner so. Das war's für mich. 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 Das war's für mich.